Was ist das für ein Auftrag, Chief? Ich habe nicht die geringen... Irgendetwas zieht uns weg. Ich verliere den visuellen Kontakt. Kommt sofort zum Schiff zurück. Habt ihr verstanden? Kommt zurück! Wir bekommen ein Notsignal aus dem Maschinenraum. Töte ihn! Töte ihn! Oder du wirst zwischen unseren beiden Welten einen Krieg entfachen. Sie haben sich strafbar gemacht. Wir sind dazu befugt, Schusswaffen einzusetzen, falls sie bei der Festnahme Widerstand leisten sollten. Wäre es nicht besser, eine Hochpolaritätsbefehlsschaltung einzubauen, um das Spiel im Lenksystem zu unterdrücken? Hey, du Schlauberger! Das gäbe aber eine fette Rückkopplung. Nicht mit einer C19-Überbrückung. Das Schiff ist ganz schön alt. Alt? Unsere Lissi ist vielleicht kein moderner Kreuzer, aber dafür ist sie... ...sehr erfahren. Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass wir diese Reise überleben. Ich werde das dumpfe Gefühl nicht los, dass das hier nicht PQ80 sein kann. Wenn mein Sohn tot ist, dann werden sie sich wünschen, auch tot zu sein. Furchtbare Dinge sind hier geschehen. Halte die Augen offen! Wenn du ein echter Cracker wärst, hättest du es für mich getan. Du weißt ja nicht, wie nah ich schon dran war. Es geht ihm schon besser. Er hat unsere Köpfe dran gelassen. Aber diese Ranger sind nicht so, wie du es mir einzureden versuchst. Und jetzt frage ich mich, was du dann sonst noch vor mir verschwiegen hast. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen, Selin?